Ich freue mich hier heute in Nassau im Schwimmbad zu sein. Ganz besonders deshalb, weil das Schwimmbadfest zum dritten Mal stattfindet und das Team um den Herrn Metschurath, den Schwimmmeister hier, eine ganz tolle Situation abliefert. Und es sind jetzt noch nicht ganz so viele da, aber ich habe gehört, gegen Abend soll es ein Speechfest geben. Und da freuen wir uns alle drauf und dass die Hütte hier richtig voll wird und wir am heutigen Tag ein tolles Schwimmbadfest bieten können, in dem sich die Bevölkerung von Nassau und Umgebung vergnügen kann. Viele, viele andere aus der Umgebung sind auch herzlich eingeladen und ich würde mich freuen, wenn noch viele hierher kommen. Wir stehen hier gerade im Freibad Nassau und ich finde es richtig toll, dass der Schwimmmeister des Freibads, Christian Meinecke, ein so tolles Fest auf die Beine gestellt hat. Natürlich nicht alleine, die DLG sind wieder dabei, der Tauchclub Nassau ist dabei und gemeinsam ist das echt eine tolle Symbiose. Und ja, wir feiern heute Beachparty hier im Schwimmbad. Es ist noch mehr los. Wir hatten auch eben schon ein Menschenkicker-Turnier, waren zusammen und haben dort auch viel Spaß gehabt. Ich freue mich auch, dass andere Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen heute hier vorbeikommen werden und auch schon sind. Und es wird ein toller Nachmittag und deswegen, ja, super Sache. Und schön, dass wir zusammen sind. Heute Schwimmbadfest hier bei uns in Freibad Nassau. Ein Riesenspaß wieder für junge All. Wetter macht leider nicht so mit. Ein Riesendank, muss ich aber im Vorfeld schon mal sagen, der Stadt Nassau, dem Bauhof Nassau, die hier viel für uns mit geholfen haben, viel getan haben. Der Firma Pfaff, die für unsere Beachparty heute Abend ein Fotoapparat gesponsert hat, wo wir Fotos machen können. Ich freue mich riesig, dass wir wieder dieses Jahr sowas machen konnten. Wie gesagt, dieses Jahr oder heute Abend auch das erstmalig, unsere Beachparty. Von daher nächstes Jahr wieder was Größeres, wieder auch mit größeren Events und allem drum und dran. Hoffentlich spielt das Wetter da ein bisschen besser mit. Und ich freue mich auf nächstes Jahr schon wieder. Das erste Mal heute dabei beim Schwimmbadfest als jetzt zukünftiger Bürgermeister von Weiner. Um mal die ersten Kollegen kennenzulernen. War es eine schöne Veranstaltung, macht Spaß. Und freue mich quasi schon auf dann das nächste Jahr. Wetter da ein bisschen besser mit. Untertitelung des ZDF, 2020